Kommen Sie bitte auf dem Hocker ein Stück nach vorne. Die Füße stehen fußbreit auseinander, die Knie ebenfalls. Die Hände gehen in die Hüft. Das Becken kippt nach hinten, der Rücken wird rund. Das Becken kippt nach vorne, der Rücken richtet sich auf. Die Schultern gehen leicht nach hinten. Das Becken kippt nach hinten, der Rücken wird rund. Das Becken kippt nach vorne, der Rücken wird gerade. Die Schultern leicht nach hinten. Das Becken kippt nach hinten, der Rücken wird rund. Das Becken kippt nach vorne und der Rücken ist gerade. Wiederholen Sie diese Übung bitte zehnmal.